Ich zeige euch heute, wie man den Redemings ganz einfach und ohne Vorkenntnisse lösen kann. Also wenn ihr noch nie einen Würfel in der Hand haltet und das jetzt euer allererster ist, ist das auch überhaupt kein Problem. Denn wir verwenden auch keine Algorithmen, also die Bewegungsabfolge, die wir immer wieder machen, ist immer dieselbe und da braucht man sich eigentlich wirklich nichts merken. Und dieser Würfel ist natürlich der Einstieg in die Redemings-Würfel-Serie. Da gibt es eben diverse Abwandlungen und Shape-Mods und das hier ist wirklich die Basis-Variante. Wir beginnen natürlich mit der weißen Seite und speziell beginnen wir mit den weißen Ecken, denn die müssen wir jetzt erstmal alle wieder nach oben drehen. Also bekanntlich kann man ja beim Redemings hier nur solche Ecken hier drehen und das geht quasi überall. Also nur mit diesen Ecken muss man hier dann diesen Würfel lösen. Und als erstes müssen wir eben jetzt mal die weiße Fläche herausfinden und ich sehe schon, dass hier oben diese ganzen Ecken mit den weißen Stickern platziert sind. Das heißt, ich bin mir sicher, dass hier oben jetzt mal hier weiß landet und drehe dann dementsprechend die Ecken so, dass der weiße Sticker eben nach oben guckt. Und das mache ich jetzt eben für jede von diesen weißen Ecken. Hier stimmt schon und hier muss ich noch nach oben drehen. Und somit hätten wir den ersten Schritt schon fertig. Der zweite Schritt sind die weißen Kantenstücke und die werden zwischen diese Ecken hier platziert. Sprich, hier kommt dann eine rein und hier kommt eine rein und hier. Und hier ist sogar schon eine gelöst. Das heißt, hier haben wir ein bisschen Glück gehabt und jetzt müssen wir eben noch die restlichen hier einsetzen. Und dafür drehe ich gerne den Würfel um, denn dann fällt mir das sehr viel einfacher, also dass die weiße Fläche eben am Boden liegt. Und wir suchen uns jetzt mal eine weiße Kante, die im besten Fall schon hier oben liegt. Aber ich habe hier jetzt keine Kante, die einen weißen Sticker hat. Das heißt, die liegen bei mir jetzt hier zum Beispiel bei der mittleren Ebene. Das ist kein Problem, denn ihr könnt diese oberen Ecken ohne hier unten was zu zerstören ganz einfach drehen. Das ist kein Problem. Und das heißt, ich suche mir jetzt einfach mal hier die weiß-rote Kante aus, die möchte ich eben einsetzen und drehe die dann dementsprechend auf die obere Ebene. So, aber jetzt muss ich mal gucken. Also ich muss ja die rote-weiße Kante einsetzen, das heißt, die muss hier hinten eingesetzt werden. Das heißt, ich drehe mir jetzt mal dieses Kantenstück hier zu dieser Position, wo die dann auch hingehört. Genau. Und einmal noch rüber. Zack. Also genau darüber. Also hier muss sie ja eingesetzt werden und hier platziere ich dann eben diese Kante. Und einsetzen funktioniert folgendermaßen. Ich muss hier unten einfach mal den Deckel aufmachen, damit ich eben hier meine Kante einsetzen kann. Und dann muss ich den Deckel hier wieder schließen. Und so einfach ist es und wir haben die erste Kante eingesetzt. Nehmen wir doch gleich mal die nächste. Hier sieht ihr, hier liegt ja schon die weiß-orange. Das heißt, ich drehe mir die ebenfalls wieder nach oben, dass die auf jeden Fall hier oben liegt. Und die orange muss dann eben hier eingesetzt werden. Das heißt, ich muss mir die wieder dorthin drehen. Einfach über die oberen Ecken könnte die darüber drehen. Genau. Dann liegt die genau darüber. Hier gehört sie eingesetzt. Das heißt, ich kann auch hier wieder den Deckel öffnen und setze eben diese Kante hier ein. Und dann kann ich den Deckel wieder schließen. Und schon haben wir die weiß-orange eingesetzt. Fehlt also nur noch die weiß-grüne Kante. Und die liegt bereits hier oben, aber wieder ganz hinten. Das heißt, ich drehe mir die wieder zurecht, dass die eben hier, genau, hier rüber kommt, über die Position, wo sie hingehört. Und dann kann ich auch hier wieder den Deckel aufmachen, um meine Kante einzusetzen. Und dann schließen wir den Deckel wieder. Genau. So, hier haben wir jetzt nochmal kurz einen Spezialfall. Also hier oben bei der oberen Ebene finde ich jetzt keine Kanten mehr mit weißem Sticker, denn die liegen hier unten, sind aber eben falsch eingesetzt. Sollte das bei euch der Fall sein, dann ist das aber kein Problem, um so eine Kante wieder nach oben zu transportieren. Denn wir machen das einfach so, dass wir den Deckel hier öffnen und setzen halt jetzt zum Beispiel die Kante hier oben ein und schließen den Deckel wieder. Und das befördert nämlich unsere weiß-orange Kante hier wieder auf die obere Ebene. Und dann kann ich die ja wieder ganz einfach hier einsetzen. Und wenn ich die hier einsetzen würde, dann kommt dann auch gleichzeitig wieder weiß-grün wieder raus. Ja, also wir machen den Deckel auf. Ich schiebe die weiß-orange Kante rein und Deckel wieder zu. Und ich habe jetzt hier die letzte. Die schiebe ich wieder über die Position, wo sie hingehört. Also hier rüber. Öffne den Deckel. Kante rein. Und Deckel wieder schließen. Und schon haben wir das Problem gelöst. So, die weiße Ebene ist gelöst. Aber bevor wir jetzt hier diese Kanten der mittleren Ebene lösen, müssen wir ja vorher noch den Schritt machen mit den gelben Ecken. Denn die müssen ebenfalls wieder nach oben zeigen. Also hier zeigt der gelbe Stick jetzt nicht nach oben. Das heißt, ich drehe die auf jeden Fall so, dass sie nach oben zeigt. Hier dasselbe. Und bei der letzten auch noch. Genau. Ja, und die allerletzte, die war eh schon korrekt. Und erst dann ist es möglich, dass wir dann auch die Kanten der mittleren Ebene einsetzen. Und wenn ich hier mal gucke, habe ich hier zum Beispiel schon Glück gehabt und sogar hier schon Glück gehabt. Aber generell ist es jetzt so, dass wir beim Einsetzen der Kanten hier drei verschiedene Fälle haben können. Und dann jeweils noch links und rechts. Und ich werde jetzt euch erstmal eine Übersicht geben. Also ich würde euch empfehlen, jetzt mal die Übersicht anzugucken, um mal zu sehen, welche Fälle es gibt. Und dann könnt ihr eben durch das Inhaltsverzeichnis durchspringen, je nachdem, welchen Fall ihr eben habt. Bei der Fallübersicht werde ich jetzt immer die orange-blaue Kante einsetzen. Und der erste Fall ist eben, dass diese Kante links oder rechts daneben liegt. Bei mir liegt die jetzt eben links daneben. Dann gibt es eben den Fall, dass die Kante links darüber liegt oder eben auch rechts darüber. Bei mir liegt die jetzt aber links darüber. Und der letzte Fall ist, dass die Kante, die wir hier einsetzen wollen, links oder rechts im Jenseits liegt. Also ganz hier hinten. Also entweder hier links oder eben hier rechts. Bei mir ist es jetzt links, weil wir wollen ja die orange-blaue Kante hier einsetzen. Ja, und den Spezialfall zeige ich euch auch gleich noch. Also wenn ich hier die Kante einsetzen möchte und die aber ganz hier gegenüber liegt, das wäre dann eben der Spezialfall. Der kommt dann ganz zum Schluss. So, und ihr sucht euch jetzt also eine Kante der mittleren Ebene aus, die noch nicht gelöst ist. Wie zum Beispiel hier bei mir die orange-blaue Kante. Und je nachdem, welchen Fall ihr habt, klickt ihr dann eben durch das Inhaltsverzeichnis durch. Ich beginne mit dem Fall, dass die Kante links daneben liegt. Also ich möchte sie hier einsetzen, die orange-blaue Kante, und sie liegt links daneben. Wie können wir das lösen? Wir öffnen von der Position, wo sie hingehört, erstmal den Deckel. Also wir schieben die hier rauf und können dann eben die orange-blaue Kante hier einsetzen. Ja, und dann müssen wir hier nur mehr zurückdrehen. Dann ist die eingesetzt. Und wichtig ist aber immer, dass der gelbe Sticker auch wieder nach oben zeigt. Also das müsst ihr auf jeden Fall wieder rückgängig machen. Der nächste Fall ist, dass die Kante auch wieder daneben liegt, aber diesmal rechts daneben. Und hier ist es eben genau spiegelverkehrt. Das heißt, wir öffnen jetzt von der Position, wo wir die Kante dann einsetzen wollen, den Deckel. Also wir schieben die hier so hoch, damit wir eben die Kante einsetzen können. Genau. Und dann können wir nämlich das Kantenstück runterdrehen. Und schon haben wir die Kante eingesetzt. Und wichtig ist, wie immer, dass der gelbe Sticker der Ecke nach oben zeigt. Also das müsst ihr auch wieder rückgängig machen. Hier haben wir den Fall, dass die Kante, die wir hier einsetzen wollen, links darüber liegt. Und hier funktioniert das eigentlich ganz einfach. Wir müssen diese Kante, die wir einsetzen wollen, einfach wieder hier runterdrehen. Und dann haben wir ja wieder den Fall, dass diese Kante links daneben liegt. Ich zeige euch nochmal kurz, wie man die dann hier einsetzen würde. Ich würde hier den Deckel öffnen. Da muss die ja eingesetzt werden. Das heißt, wir drehen die hier hoch und setzen eben die blau-orangene Kante hier ein. Und da wir die jetzt eingesetzt haben, können wir die jetzt hier runterdrehen. Und schon liegt die an der richtigen Position. Und sicher gehen, dass auch hier der gelbe Sticker wieder nach oben zeigt. Aber hier ist es jetzt eh schon korrekt. Hier haben wir jetzt den Fall, dass die Kante, die wir hier einsetzen wollen, rechts darüber liegt. Und in dem Fall müsst ihr die Kante hier rechts daneben runterdrehen. Und das ist ja wieder der Fall, wo die Kante rechts daneben liegt eben. Und wie hat man den gelöst? Ich zeige es euch nochmal. Da muss ja die Kante eingesetzt werden. Das heißt, ich öffne hier den Deckel und kann eben die blau-orangene Kante hier einsetzen. Und dann muss ich die nur noch runterdrehen. Und dann liegt die Kante an der richtigen Position. Und wichtig, der gelbe Sticker, der muss nach oben zeigen. Hier haben wir jetzt den Fall, dass die Kante, die hier eingesetzt werden muss, links im Jenseits liegt. Also hier hinten. Wie können wir die von hier nach da transportieren? Das geht wieder ganz einfach. Wir öffnen einfach die Position, wo die dann ja reingehört, nach oben hin. Genau. Und hier setzen wir dann diesen blau-orangenen Kantenstein eben ein. Und schon sind die wieder gepaart, die Ecke mit der Kante. Und wir können die runterdrehen. Perfekt. Jetzt liegt die an der richtigen Position. Wichtig ist aber, wie immer, dass der gelbe Sticker nach oben zeigt. Das heißt, wir müssen hier die Ecke wieder hochdrehen. Hier haben wir jetzt den Fall, dass die Kante, die hier eingesetzt werden muss, rechts im Jenseits liegt. Also hier hinten. Und die Kante können wir dahin transportieren, indem wir den Deckel mit der Position, wo die ja jetzt eben gleich hingehört, so nach oben drehen. Zu dieser Kante eben hin. Und dann können wir unsere Kante, die blau-orangenen, hier eben einsetzen. Und schon ist die Ecke mit der Kante gepaart. Und jetzt können wir die einfach runterdrehen. Und sie werden eingesetzt. Und wichtig, der gelbe Sticker muss wieder nach oben zeigen. Und der letzte Fall, der so ein bisschen ein Spezialfall ist, der auftreten kann, ist, dass eben diese Kante, die wir hier einsetzen wollen, gegenüber liegt. Also wirklich gegenüber. Also ganz hier hinten. Und das ist eigentlich auch nicht allzu schwierig. Wir drehen einfach diese Kante, die wir ja dann hier gegenüber dann einsetzen wollen, einmal hier nach oben. Ob ihr das jetzt hier nach oben dreht oder die zur anderen Seite nach oben dreht, ist ziemlich egal. Das ist ja eigentlich dann nur gespiegelt. Aber ich drehe die jetzt einfach mal hier rüber. Genau. Jetzt haben wir die eben hier oben. Und hier muss sie eingesetzt werden. Und das ist ja wieder ein bekannter Schritt, nämlich, dass die eben links im Jenseits liegt. Ich zeige euch nochmal, wie das funktioniert hat. Da muss die ja eingesetzt werden. Das heißt, ich drehe hier mal diese Ecke nach oben. Und kann dann eben die orange-blaue Kante hier einsetzen, sodass eben die Kante mit der Ecke gepaart ist. Und die drehe ich dann einfach runter und sie wäre eingesetzt. Und jetzt müssen wir aber noch die gelben Sticker nach oben drehen. Und da ist es wichtig, dass ihr zuerst diesen hier hochdreht und dann erst den hier ganz hinten. Genau. Da muss dann der gelbe Stick auch noch nach oben sein. So. Ups. Ich kriege es nicht hoch. Genau. Und da sind wir schon beim letzten Schritt angelangt, und zwar bei den gelben Kanten. Und dieser Schritt funktioniert tatsächlich ziemlich schnell. Es gibt aber wieder drei Fälle und die gehe ich jetzt alle nochmal in der Übersicht kurz durch. Und danach könnt ihr im Inhaltsverzeichnis eben durchklicken, je nachdem welchen ihr eben habt. Der erste Fall ist, dass bei allen gelben Kanten der gelbe Sticker nicht nach oben zeigt. Also hier oben ist es ziemlich bunt. Der zweite Fall ist, dass eben bei zwei Kanten der gelbe Sticker nach oben zeigt und bei zwei nicht. Und der letzte Fall ist, dass hier oben tatsächlich schon alles gelbe ist, aber die Kanten an der falschen Position liegen. Der erste Fall ist, dass hier oben alles bunt ist, also bei keinen Kanten der gelbe Sticker nach oben zeigt. Und in dem Fall könnt ihr den Würfel halten, wie ihr wollt. Und wir machen hier jetzt eben die Bewegungsabfolge, die wir jetzt dann auch für jeden Fall brauchen werden. Und zwar links nach unten, rechts nach unten, links nach oben und rechts nach oben. Und jetzt haben wir den Fall, dass wir eben hier oben zwei Kanten haben, bei denen der gelbe Sticker nach oben zeigt. Und in dem Fall müsst ihr euch jetzt die Kante raussuchen, die schon an der richtigen Position liegt, also schon komplett gelöst ist. Und das wäre hier jetzt die blau-gelbe Kante. Und die haltet ihr eben jetzt hinten, dass die hier hinten liegt. Und je nachdem, ob jetzt diese zweite gelbe Kante links oder rechts liegt, funktioniert das jetzt ein bisschen anders. Wenn der gelbe Sticker links liegt, dann müsste die Bewegungsabfolge eben rechts starten. Also, wir fangen rechts an. Das heißt, wir werden zuerst rechts runterdrehen und dann erst links runterdrehen und dann wieder rechts hochdrehen und links hochdrehen. Und wenn es eben bei euch so ist, dass der zweite gelbe Sticker dann rechts liegt, dann müsst ihr die Bewegungsabfolge wie gewohnt links beginnen. Also links runter, rechts runter, links hoch und rechts hoch. Und schon haben wir den Würfel gelöst. Hier haben wir jetzt den Fall, dass hier oben schon alles gelb ist und wenn ihr den habt, dann könnt ihr den Würfel halten, wie ihr wollt. Und wir machen die Bewegungsabfolge und zwar links nach unten, rechts nach unten und jetzt links nach oben und rechts nach oben. Und jetzt habt ihr eben den Fall, dass wir hier oben bei den Kanten zwei gelbe Sticker haben. Und um den zu lösen, liegt im Inhaltsverzeichnis ein bisschen weiter nach vorne, da habe ich den schon gezeigt. Wenn irgendwelche Fragen aufgetreten sind, kann ich euch in den Kommentaren sehr gerne helfen. Und da ihr jetzt den Redimings könnt, könnt ihr ja zum Beispiel auch die Shape-Mods ausprobieren, wie zum Beispiel den Redimings oder den Redi-Barrel-Cube. Und vergesst nicht, eine Bewertung dazulassen und dann sage ich tschau und bis zum nächsten Mal.